Die Geschichte klingt ein bisschen so, als habe sie sich in einem Unrechtsstaat zugetragen. Es ist aber nur Bayern. Dort sitzt seit fast sieben Jahren ein Mann in der Psychiatrie. Plötzlich lauter Zweifel, wie geisteskrank Gustl Mollert denn wirklich ist. Wie verlässlich das Gutachten, das ihn in die geschlossene Anstalt brachte. Das sind Fragen, die sich in vielen ähnlichen Fällen genau so stellen. Wer einmal für verrückt erklärt wird, hat den Stempel weg. Wie schnell das passieren kann, berichtet Herbert Klar. Grüß Gott, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Gustl Ferdinand Mollert. Ich stamme aus Nürnberg und bin in eine absolut unglaubliche Geschichte geraten, wo ich bitte um ein kurzes Gehör. Seine unglaubliche Geschichte beginnt 2002. Seine Ehe zerbricht. Er schreibt Briefe unter anderem an die Hypo Vereinsbank, den Arbeitgeber seiner Frau. Er wirft ihr Beteiligung an illegalen Schweizer Geschäften und die Betreuung von Schwarzgeldern vor. Der Ehekrach spitzt sich zu. 2003 wird Mollert wegen Körperverletzung angeklagt. Er soll seine Frau geschlagen haben. Mollert bestreitet das. Kurze Zeit später zeigt er sie an, unter anderem wegen illegaler Geschäfte in Hunderten, ja sogar Tausenden Fällen. 2006 wird er in die Psychiatrie eingewiesen. Das Landgericht Nürnberg hält ihn für gemeingefährlich. Die Richter stützen sich auf einen Gutachter. Der attestiert Mollert ein paranoides Gedankensystem. Er sei unkorrigierbar der Überzeugung, dass seine Frau und andere in ein komplexes System der Schwarzgeldverschiebung verwickelt wären. Die Justiz geht Mollerts Vorwürfen nicht nach. Seine Einweisung in die Psychiatrie wird jedes Jahr überprüft und immer wieder bestätigt, weil er weiter auf seinen angeblich wahnhaften Schwarzgeldgeschichten beharre. Bis heute. Gegengutachten interessieren die bayerische Justiz nicht. Für den Neurologen Weinberger ein Skandal. Ich selbst habe Gustl Mollert ja untersucht und ihn für gesund, ja mindestens nicht für wahnkrank befunden und vor allem nicht für gemeingefährlich. Aber mein Gutachten wurde vom Vollstreckungsrichter einfach vom Tisch gewischt. Solche Fälle häufen sich, sagt die Strafverteidigerin Gabriele Steck-Bromme. Sie erlebt regelmäßig vor Gericht, dass Täter oft sogar wegen kleiner Vergehen in die Psychiatrie eingewiesen werden. Zu Unrecht. Meiner Erfahrung nach sind Fehleinweisungen sehr, sehr häufig. Ich habe mal, als ich Sachverständige beim Deutschen Bundestag im Rechtsausschuss war, eine kleine Statistik von eigenen Fällen zusammengestellt. Und da, glaube ich, kam es rund 30 Prozent raus, waren Fehleinweisungen. Und renommierte Sachverständige, die sich mit diesem Thema befasst haben, kommen also auch zu einer Fehleinweisungsquote zwischen 30 und 50 Prozent. Selbst renommierte deutsche Psychiater räumen Fehleinweisungen ein. Es ist sicher richtig, dass manche der Patienten zu Unrecht untergebracht sind. Das kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann die ursprüngliche Diagnose sich als nicht haltbar erweisen, sodass die korrigiert werden muss. Es kann auch die Gefährlichkeitseinschätzung sich als nicht mehr zutreffend erweisen. Doch in der Regel ändern Gutachter die einmal gestellte Diagnose nicht. Und die Betroffenen bleiben eingesperrt, wie Gustl Mollert. Psychiatrische Gutachten können vorsätzlich missbraucht werden, um missliebige Mundtot zu machen. Zum Beispiel diese vier hessischen Steuerfahnder. Sie ermittelten jahrelang in Sachen Wirtschaftskriminalität, unter anderem gegen die Commerzbank. Schließlich bekamen sie Ärger mit ihrer vorgesetzten Behörde, sollten kaltgestellt werden. Alle vier wurden 2006 in einem nervenärztlichen Gutachten für dienstunfähig erklärt und in den Ruhestand geschickt. Das habe ich mir niemals träumen lassen. Ich habe mir auch niemals vorstellen können, dass man so mit Personal und mit Menschen umgeht, wie mit uns umgegangen ist in der letzten Zeit. Inzwischen steht fest, die Steuerfahnder wurden willkürlich und offenbar zu Unrecht dienstunfähig geschrieben. Der Gutachter habe vorsätzlich fachliche Standards verletzt, urteilte im November 2009 das Berufsgericht für Heilberufe in Gießen. Auch das Gutachten, das Gustl Mollert in die Psychiatrie brachte, erscheint heute höchst fragwürdig. Denn seine angeblich wahnhaften Schwarzgeldgeschichten haben sich als richtig erwiesen. Erst vor kurzem wurde öffentlich, dass die Hypo-Vereinsbank bereits 2003 einen internen Revisionsbericht über die Anschuldigungen von Mollert verfasste. Danach steht fest, alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt. Doch die Banker ließen Mollert in der psychiatrischen Klinik schmoren, hielten ihren Bericht unter Verschluss. In seiner Verzweiflung bat Mollert den Kunst- und Teppichexperten Eberhard Herrmann um Hilfe. Der hatte langjährige Erfahrung im Kampf gegen falsche Gutachten. Herrmann wurde vor 18 Jahren von einem der bekanntesten Psychiater Deutschlands für geisteskrank erklärt. Unter merkwürdigen Umständen. Der Professor hatte sich in meine Galerie eingeschlichen und hat mich aus 8 bis 10 Metern hinter einer Ausstellungswand versteckt, beobachtet. Und wollte aus meinen Forschungen, die er für verstiegen hielt, und später noch ein paar weiteren Fakten, dass ich meinetwegen einen sehr teuren Teppich gekauft hätte, eine schwere endogene Psychose konstruieren. Nur durch Flucht in die Schweiz kann er seiner Einlieferung in die Psychiatrie entkommen. Er gibt gegen Gutachten in Auftrag, er wehrt sich juristisch, 15 Jahre lang durch alle Instanzen. Am Ende muss der Gutachter Schadenersatz an Herrmann zahlen. Letztlich musste ich 16 Gutachten erstellen, um gegen ein zweiseitiges Papier eines Münchner Psychiatrieprofessors anzukommen. Aber ich hab's gewonnen. Im Fall Mollerts muss sich die bayerische Staatsregierung heute im Landtag heftige Vorwürfe der Opposition gefallen lassen. Der Fall wird juristisch neu aufgerollt und ist auch politisch noch nicht erledigt.